Großeinsatz, Feuerwehrkämpftdorf fällt mehrere Stunden gegen die Flamme. Oberauktenhausen, Großeinsatz für die Feuerwehr, am Samstag Nachmittag ist auf einem Feld in Oberauktenhausen, Niedersachsen, ein Brand ausgebrochen. Wie die Beamten mitteilten, wurden die Einsatzkräfte gegen 14.18 Uhr über das Feuer in der Straße im Dorfe informiert. Demnach hatten sich dort zahlreiche Heuballen entzündet. Vor Ort begann die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung. Unter anderem wurden die Ballen mithilfe von Treckern zerlegt, um ein besseres Ablöschen zu ermöglichen. Im Laufe des Einsatzes mussten gleich vier lokale Ortswehre nachalarmiert werden, auch ein Rettungswecken stand vor Ort bereit. Verletzt wurde aber niemand. Es dauerte letztlich mehrere Stunden, bis die Flammen gelöscht waren und die Einsatzkräfte abrücken konnten. Am Sonntagmorgen fanden zudem noch einige Nachlöcharbeiten statt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandbekämpfung bestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zudem noch andere Ermittlungen zudem noch einmal. Am Sonntagmorgen ist eine Ermittlungen bei der Betriebe und die Zeitático ver defending, muss man sagen, dass man sich im Laufe des Ermittlungen